Was geht ab meine Lieben Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal und zwar hat der Rapper, YouTuber Leon Machère geschafft mit seinem Song Copacabana 200.000 verkaufte Einheiten zu generieren. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle, eine krasse Leistung, wenn man bedenkt, dass er ursprünglich mal YouTuber gewesen ist. In einem Post auf Instagram hat er sich bei seinen Producern bedankt und bei seinen vielen Mithelfern, die ihm verholfen haben zu diesem schönen geilen Track. Ich lese sie mal kurz vor, Freunde. Copacabana ist Gold, 200.000 verkaufte Einheiten. Ich bin jetzt offiziell der erste YouTuber in Deutschland, der mit einem Song Gold gegangen ist. Ich bin sprachlos und unfassbar dankbar. Ich habe so hart gekämpft für meinen Traum und wurde die letzten Jahre so hart enttäuscht und so krass gehatet für meine Arbeit. Aber ich habe weitergemacht und dran geglaubt. Jetzt nach so langer Zeit hat es geklappt. Meine Gebete wurden erhört. Das Ding gibt mir einfach die Motivation im Leben, wenn was nicht läuft, wie du es möchtest. Mach einfach weiter und halte durch. Es wird schon früher oder später klappen. Echt krass, diese Aussage und diese Message. Das ist natürlich auch eine Attitüde, die ich mir auch seit Jahren versuche, durch meinen Lebensweg durchzugehen. Weiter geht's. Danke an den besten Produzenten der Welt. Starro war einer, der sein Handwerk versteht und durch ihn wäre das Ding nicht da, wo es jetzt ist. Bruder, du bist unglaublich. Auch ein Mega-Dank an Robin Wick für die große Unterstützung. Hammer, bro. Danke auch an diese super Sängerin, die das Ding gesungen hat. Tilly offiziell. Immer wieder Gänsehaut. Danke auch an K1 für die ganze Unterstützung. Einfach das beste Team. Vielen Dank auch an meine Community, die den Song so krass gepusht haben, dass der so explodiert ist. Danke an jeden, der daran geglaubt hat und mir die Chance gegeben hat. Jetzt geht es erst richtig los. Beste Grüße, euer Leon Machera. Ja, richtig krass, heftig, heftig, heftig. Ja, meine lieben Freunde, das ist natürlich für euch auch ein Zeichen. Macht es, zieht durch, werdet YouTuber. Wenn ihr Musik machen wollt, macht danach auch Musik oder macht es beides gleichzeitig. Was auch immer, probiert es, macht es. Und ich danke euch natürlich fürs Einschalten. Das ist natürlich ein Erfolg. Den kann jeder schaffen, wenn er es will. Deswegen in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Feiertag, einen schönen Wochenende. Ich weiß nicht, was wir haben. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch. Macht es gut und bis jetzt.